Die Community hat eine interessante Entdeckung gemacht. Im Spielcode von Die Sims 4 wurden neue Hinweise zu eventuell kommenden Pferden gefunden. Der Simmer Cheesecakes hat eine interessante Entdeckung tief im Code von Die Sims 4 gemacht, die viele Spiele von euch freuen sollte. In einer der Locomotion-Config-Dateien, welche für die Bewegung von Sims und anderen Kreaturen zuständig ist, wurden ebenfalls deutliche Hinweise auf eventuell kommende Pferde gefunden, die auch mit passenden Animationen verknüpft sind. Leider konnte ich die zugehörigen Animationen selber nicht aufspüren, welche auch noch nicht im Code versteckt zu sein scheinen. Aktuell ist es schwierig zu sagen, ob diese wohl neu ins Spiel gekommen sind oder schon etwas länger darin schlummern, auf jeden Fall ist diese Entdeckung aber relativ neu. Wann und ob die Pferde wirklich nochmal ins Spiel zurückkehren werden, ist derzeit noch unklar, man sollte diese Information also eher mit Vorsicht genießen. Würdet ihr euch über Pferde in Die Sims 4 freuen? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Also dann, bis zum nächsten Video!